Total cool finde, wenn man vorher angezeigt kriegt, wie voll man ist, bevor die Meldung kommt. Verladen. Ich begreife es, warum wir diese Quickslots noch 4 von 8 nutzen dürfen. Vielleicht muss man die erst mit einem bestimmten Level freischalten oder so, dass man noch nicht stark genug ist. Ich habe auch keine Ahnung, aber... extra Taschen für die man erst herstellen muss. Oha, das könnte auch sein. Okay, Glas habe ich erst mal genug gebaut. Jetzt gucken wir doch mal, ähm, Baracke... Nein, gucken wir erst mal generell, ähm, Habitat, Air, Bio, Teil, Plastik... Du brauchst erst mal eine Baracke, damit ein Respawn kommt. Okay, dazu brauchen wir... Plastik. Wie stellen wir Plastik her? Ach du Schande... Plastik, 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 Plastik... Gucken wir mal bei den anderen Sachen hier... Nimmst du jetzt eigentlich wieder auf? Ja, ich nehme die ganze Zeit damit auf. Wollten nämlich gerade fragen, ob das vielleicht was Aufnimmenswertes wäre, was man zeigen könnte. Ich könnte ein Chimistry-Table, oder wie das heißt, bauen. Mach das doch. Was ich total cool finde, wenn man vorher eine Zeit kriegt, wie voll man ist, bevor die Meldung kommt. Verladen. Pästen... Pästen... Fäst du... Aufnimmst du... So... Hm? Pästen... Pästen... Um... Hm, 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 hm. Ah, ich glaube, das kann man nur drinnen bauen. Warte mal. Könnte sein. Alles andere draußen, das andere drinnen. So, kann man machen. Ähm... Dann versuchen wir es jetzt nochmal. You need to be... äh... Puh, schieß mich, druckt schon zu dem Bild. Was? Ich hab keine Ahnung. So schnell kann ich kein Englisch lesen. Homeway, Baracke... Ich bin da mit Kupfer. Ich bin drin in der Baracke. Also in dem Dingens... Dingensraum. So, jetzt einfach mal so. Guck, hier fehlt ne Wand. Ja, hier fehlen Wände, ich weiß. Die wollte ich ja mit dem Kupfer jetzt so fertig machen. Gibst du mir? Ja. Ja. War's das? Ja. Ähm... Was war das? Drei war das. So, das wäre nämlich echt geil, wenn wir das jetzt fertig hätten. Eine Wand noch. Reicht sogar dafür auch noch. Habitat ist auch schon schwer beschädigt, ne? Ich würd sagen, wir sind drin. In einem beleuchteten Raum. Jetzt kann ich ja nochmal gucken, ob ich diese komische Ding bauen kann. Warte mal. Jaaa, kann ich. Oh. Bingo. Bingo. So. Bingo. So. Ich kontrolliere gerade mal die Wände, weil eine Wand war kaputt. Ja. Noch eine. Das sind mehrere. Bingo. Bingo. So. Bingo. 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 Das war's für heute. So, gucken wir uns jetzt erstmal überdaumen. Solarpannien brauchen Gold für uns. Plutonium. Hm. Fabricator. Aluminium, Glas, Stahl und Plastik. Okay. Scheiße, ich hör schon wieder was. Das ist da hinten, da. Da wo ich hingucke. Warum fest hängt? Alter. Ich glaub jetzt hat sich was mal bewegt. Ach, hast recht da. Das ist so, dass man sich einiges scheißfegt. Ne, kackt keinen. Er hängt da aber drin fest, richtig? Doch. Ich krieg den aber auch nicht an, wie es hier ist. Ne, wahrscheinlich weil der Baum im Weg ist. Ich krieg den nicht, kann machen was ich will. Der Baum rumlaufen. Ich schmeiß meine Sachen erstmal in die Kiste. Also bei mir ist noch nichts verschwunden in der Kiste. Ich denke mal, ich sollte die Sachen da reinpacken. Weil verschwindende Sachen, das ist ja natürlich nicht so schön. Ja. Okay. Jetzt bin ich halb leer, also fast leer. Also könnte ich ja mal loslaufen und gucken, was wir jetzt nochmal so kriegen. Wir brauchen, warte, das Dingens, dieses komische Zeug. Ja, das hilft mir. Ja, dieses Hydrogen oder wie das heißt. Kann man sammeln können, oder? Ich habe einen Glaskontainer. Vielleicht kann man das da hin hinzufügen oder so. Ja, irgendwie müssen wir es ja von da jetzt holen. Wo bist du denn? Du kennst, glaube ich, den direkten Weg, oder? Ja, ungefähr. Ja, dann lauf mal vor. Abonniert sein? Nee, das ist auch frei nur. Aluminium. Oh, da unten ist es was. Als Gegner. Ja, das ist aber relativ easy. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich bin grad von dem Viech angelaufen. Eigentlich gedacht, dass du mitrauschtest, aber gut. Hab ich doch. Nachdem ich wusste, was hier los ist. Aluminium. Ja. 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 Ich soll ein Survival-Kit finden als Mission. Da hinten ist Copper. Titanium jede Menge Da hinten kann man die Hylogenquellen sehen Ja, dann weiter Robatree Schöne Landschaft Ja, also Atmosphäre hat das Spiel auch viel Ich meine, du guckst hier die Ringe von dem Planeten Auch total cool Das ist vom Nachbarplaneten Wir sind ja auf einem Mond Das ist der Planet, um den der Mond greift Ja Hier waren Viecher drin Weil die sind auf jeden Fall deutlich einfacher als alleine Ach, hier gibt's auch das Carbon Super Sammle ich das Carbon und du versuchst das mal zu sammeln Okay, dann mal was anderes Hm, reagiert nicht auf irgendwas Das Gefäß Doof So, da muss ich Mal versuchen zu schaufeln Keine Ahnung Wie soll man das bloß machen? Hm Geysir Also ich hätte jetzt echt gedacht So einfach Pulle hin und Wäre für zu einfach gewesen Hm Ja, dann haben wir erstmal ein Problem, ne? Ich frage mal Doktor Doktor Google Ja, dann haben wir ja noch ein Problem Ja, dann habe ich schon Ja, dann will ich Ich frage mal Dann zijn Ja, dann bin ich